No one's ever really gone. Das gilt auch im Serienuniversum und damit ist auch Dexter nach acht Jahren tatsächlich wieder zurück im Fernsehen. Dexter, das war von 2006 bis 2013 eine sehr, sehr, sehr bekannte und beliebte Dramaserie, die sich mit einem Serienkiller als Protagonisten beschäftigt hat, mit Dexter Morgan, was damals schon eine ziemliche Ausnahmeerscheinung war. Und dann kam eben noch gutes Writing sowie gute darstellerische Leistungen, allen voran von Michael C. Hall, dem Hauptdarsteller, dazu. Ich bin recht spät ins Dexter-Game eingestiegen, so nach drei, vier Staffeln und muss auch zugeben, die ersten vier Staffeln waren für mich richtig, richtig tolle Serienstaffeln. So gut, dass ich sie bis heute noch in sehr, sehr, sehr guter und schöner Erinnerung trage als so ein Beispiel von wirklich guten Showtime-Serien von damals. Die daran anschließenden vier weiteren Staffeln, die es dann noch gab, waren von ganz okay bis gar nicht mal so gut in meinen Augen. Also ich fand zwar auch 5 und 6 und so weiter alles okay, da hat die Serie es nur für mich verpasst, die Figur vernünftig mal weiterzuentwickeln. Und ja, das Ende war so ziemlich mit eines der enttäuschendsten Serienfinalen in meinen Augen, die ich je gesehen habe. Wir haben dazu damals sogar eine Watchparty veranstaltet. Das habe ich sonst nur zu Lost gemacht, Game of Thrones und Breaking Bad. Und eins von diesen vier Finalen war gut, ihr könnt euch selbst überlegen, welches. Und wir waren alle ziemlich amüsiert von diesem Finale, was sehr schade ist bei einer Dramaserie. Wir haben recht viel lachen müssen, das ist sehr schade. Aber umso mehr begrüße ich es tatsächlich, dass Dexter jetzt nach so vielen Jahren wiederkehrt. Denn die Geschichte nach dem Serienfinale gibt auf jeden Fall eine Forderzählung her, die nicht unglaublich erzwungen wirkt. Und es könnte ja sein, dass die Serie so zu einem etwas runderen, schöneren Abschluss gerät. Und kurz zu diesem Video jetzt noch vorab. Ich werde hier erstmal nichts spoilern, weil die Serie aktuell nur auf Sky Atlantic erscheint in Deutschland. Also der erste Teil von diesem Video werde ich erstmal meinen grundsätzlichen Eindruck der ersten Folge, die ich jetzt bisher auch nur gesehen habe, darbieten. Und dann werde ich noch ein paar Spoiler-Sachen sagen danach. Für alle Leute, die entweder Spoiler nicht interessieren oder die es auch schon gesehen haben. Ich bin gespannt, wann die Serie dann wo veröffentlicht wird. Könnt mir vorstellen, dass es vielleicht auf Amazon irgendwann da mal zu holen ist. Aber ja, wie ihr schon merkt, ich war überhaupt nicht abgeneigt von einer Dexter-Revival. Vor allem ist es in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Zeit, also das klingt immer so ein bisschen nach altem Mann, aber naja. Ist man das nicht mehr so gewohnt, würde ich behaupten, dass ein Revival oder ein Sequel so lange dauert. Ich finde, acht Jahre hier mit Dexter ist der perfekte Zeitraum, um das Ganze irgendwie zu revivalen. Obwohl das Serienfinale nicht gut war in meinen Augen, freue ich mich trotzdem jetzt auf die Fortführung. Weil ein gewisser Zeitraum ins Land gezogen ist. Und ich denke, mit einem gewissen Abstand kann man das jetzt neu betrachten und neu herangehen. Wenn Dexter eine neue Staffel nach zwei Jahren wieder rausgebracht hätte, hätte ich mich wahrscheinlich nicht so sehr drauf gefreut. Kurz worum geht's? Zehn Jahre sind vergangen seit dem Ende von Dexter, wo er sich aus Miami vertschüsst hat und ein Lumberjack-Leben im Prinzip für sich erwählt hat, um unterzutauchen, denn er als Serienkiller ist aufgeflogen. Ich meine, darum ging es in der gesamten Dexter-Serie letztendlich. Er hat bei der Miami Police, ich glaube, als Forensiker gearbeitet, um Blut zu analysieren, war aber bei Nacht ein Serienkiller, weil er hat einen Urge in sich, ein Verlangen, Leute umzubringen aufgrund seiner sehr düsteren Kindheit. Und sein Ziehvater hat ihm tatsächlich beigebracht, Dexter, du musst diesen Urge ausleben, aber das darfst du nur bei bösen Menschen. Das heißt, im Prinzip ist Dexter ein Serienkiller, Serienkiller. Also er bringt böse Serienkiller um. Im Laufe der acht Staffeln ist er dann aufgeflogen. Jetzt in der neuen Staffel findet er sich zehn Jahre später in einem kleinen, verschneiten Örtchen irgendwo in Buttfuck America irgendwie wieder. Er hat seit zehn Jahren niemanden mehr gekillt, er unterdrückt seinen Urge, seinen Dark Defender sehr, sehr stark und führt dabei eigentlich so ein ganz nettes Leben als Jim und arbeitet in einem Waffenladen und so weiter. Aber natürlich lässt es nicht lange auf sich warten, bis die Vergangenheit Dexter wieder einholt. Nach der ersten Episode kann ich auf jeden Fall sagen, ich freue mich, dass Dexter wieder da ist. Trotz, wie gesagt, dem sehr, sehr faden Beigeschmack, der nicht nur der letzten Staffel, sondern auch den Staffeln davor irgendwie, Dexter ist eine faszinierende Geschichte und Dexter hatte als Serie auch immer den Anspruch, seinen Hauptcharakter moralisch zu hinterfragen, denn natürlich ist das eine moralisch sehr, 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 sehr schwierige Angelegenheit, wenn unser Protagonist, für den wir Sympathie empfinden, Leute umbringt irgendwie. Und diese ganze Geschichte über seinen Dark Defender, so nennt Dexter im Prinzip diese dunkle Seite von sich, die er aber gleichzeitig halt eben auch verehrt, die ist ein Teil von ihm, das war immer ein sehr interessanter moralischer Konflikt. Und was diese erste Episode jetzt auf jeden Fall macht, ist nicht unbedingt kreative Bäume ausreißen. Also es ist nicht so, dass Dexter jetzt in völlig neue Richtungen geht, die wir noch nie vorher gesehen haben. Wenn man sich denkt, okay, was passiert denn zehn Jahre, nachdem Dexter irgendwie abgehauen ist, kann man sich schon ziemlich genau zusammenreimen, wie diese Geschichte aussehen wird. Aber das ist nicht schlimm. Also obwohl ich diese Folge relativ durchschaubar fand in den Dingen, die passiert sind, fand ich es doch sehr, sehr, sehr zufriedenstellend, was und wie es passiert ist. Michael C. Hall macht als Dexter nach wie vor eine tolle Figur. Er kommt sowohl als dieser nette Typ rüber, der gut rüber, der immer tagsüber eine Maske im Prinzip ja aufgesetzt hat und immer den lieben, zurückhaltenden Kerl spielt. Aber er wirkt halt eben, wenn er bedrohlich sein will, wirkt er auch richtig bedrohlich. Das war immer gut. Das schafft er auch noch immer ganz, ganz toll. Sonst haben wir tatsächlich auch ein, zwei rückkehrende Charaktere, zumindest in der ersten Folge. Ich werde jetzt nicht so viel spoilern, um wen es sich da handelt, zumindest in diesem Part hier jetzt. Aber auch die sind insgesamt recht zufriedenstellend und machen auch irgendwo Sinn. Die ganze Inszenierung entwirft ein unheimlich schönes Gegenbild zu Miami. Ich meine, Dexter hatte mit dem Schauplatz Miami immer diese schwitzige und heiße Atmosphäre irgendwie, die ja auch immer sehr dazu gepasst hat, zu dieser Beklemmung und dieser Düsternis irgendwie, dass es sich halt an einem Ort abgespielt hat, wo auch die Atmosphäre so unheimlich im wahrsten Sinne des Wortes wettermäßig drückend ist. Aber jetzt hier mit dem neuen Ort, der halt irgendwo wirklich komplett verschneit und kalt ist, ist ein netter Gegenentwurf, Dexter in so einer Umgebung zu sehen. Die neunte Staffel ist untertitelt mit New Blood. Verstehe ich grundsätzlich, um so ein bisschen direkt zu suggerieren den Zuschauern, hey, das sind neue Folgen irgendwie. Ich glaube, Cold Blood hätte besser gepasst als Titel. Nicht nur wegen halt der Kälte der neuen Umgebungen, der Dexter sich befindet, sondern auch, weil das ganz gut seinen moralischen Zwist mit dem Dark Defender ausdrückt und zwar dem kalten Blut, was in Dexter morgen irgendwo pulsiert. Cold Blood Killing und so weiter. Das er hier massivst versucht zu unterdrücken, was aber natürlich immer noch da ist. Aber wie auch immer, die Atmosphäre passt, die Inszenierung passt insgesamt. Es ist teilweise alles ein bisschen schnell geschnitten. Es hat mir nicht so gut gefallen und die Ereignisse der ersten Folge sind auch alle ein bisschen fix. Ich hätte es schöner gefunden, wenn die Folge sich mehr Zeit gelassen hätte mit einigen Dingen. Aber im Großen und Ganzen hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und deswegen jetzt hier Spoiler für die erste Folge. Jetzt kommt der Part, wo ich gerne offen darüber reden möchte, was so passiert ist. Ist schon ganz schön weird, wie einfach man in Amerika Waffen kaufen kann. Das aber nur am Rande. Ja, ich habe ja schon die grundlegenden Dinge gesagt. Die Atmosphäre für mich passt, die Rückkehr von Dexter passt. Ich fand das sehr, sehr, sehr erwartbar, dass wir es hier mit einem Dexter zu tun bekommen, der seinen Dark Defender unterdrückt, der den nicht weiter irgendwie vorangetrieben hat. Was ja Sinn macht. Ich meine, er sieht seine Schwester Debbie irgendwie so als Geistererscheinung. Sie ist so eine Art Anti-Dark Defender. Also er hat jetzt nicht nur die Stimme in seinem Kopf, die ihm sagt, hey, you should kill some people. Sondern auch eine Stimme, die ihm sagt, you shouldn't kill some people. Also zumindest personifiziert jetzt auch. Das passt ganz gut. Vor allem hatte ich den Eindruck, dass Debbie hier eben vorkommt als diese, nicht als Stimme der Vernunft unbedingt. Weil normalerweise würde man sich ja denken, okay, die Stimme, die Dexter sagt, unterdrückt deinen Urge, Leute umzubringen und so weiter. Und bloß keine Aufmerksamkeit auf dich bringen, ist eigentlich die Stimme der Vernunft. Aber das ist sie nicht. Sie ist ganz klar eben eine Stimme der Verdrängung. Und das war ja auch schon immer ein Thema bei Dexter. Wie geht er mit diesen animalischen und furchtbaren Verlangen um, das er letztendlich hat? Und ist selbst das, was er tut, irgendwie moralisch vertretbar? Ist das überhaupt einteilbar? Und diese Stimme des Dark Defenders, die auch in dieser Folge dann wieder aufploppt, übrigens sehr wirksam gemacht, fand ich, dass man das Voice-Over von ihm nie hört in der Serie, bis er dann wieder seinem Urge nachgibt und der Dark Defender in seinem Kopf sozusagen wieder mit ihm spricht, fand ich toll gemacht. Du hast diese beiden Parteien jetzt halt mit dem Dark Defender und Debbie, aber sie sind nicht Engelchen und Teufelchen, sie sind beide unheimlich grauzonig. Das ist jetzt hier noch sehr oberflächlich, aber ich hoffe, das wird vertieft, weil es ist eine total coole Idee, dass er seine Schwester sieht, aber dass sie nicht zwangsweise wirklich eine Stimme der Vernunft, sondern eine Stimme der Verdrängung darstellt. Das hat man in meinen Augen am meisten in der Szene gesehen, wo Harrison auftaucht, den ich tatsächlich nochmal kurz googeln musste, denn ich hatte vergessen, dass Dexter ein Kind hat. Ich meine, es ist ja auch schon relativ lang her. Aber ja, Dexter hat einen Sohn und der ist mit Hannah McKay abgehauen am Ende der letzten Staffel, weil seine Mutter ist gestorben vor langer Zeit schon, in Staffel 4, und Dexter ist nun mal eben verschwunden. Und Harrison sucht aber seinen natürlichen Vater. Und das ist auch sehr nachvollziehbar. Und ich hätte nicht gedacht, dass Harrison so schnell jetzt schon auftritt irgendwie, aber Dexter war eben auch immer eine Serie über die Sünden der Väter und das Vater-Dasein. Dexter wurde von seinem Ziehvater massivst geprägt und so weiter. Und jetzt ist es interessant zu sehen, wie prägt denn Dexter auch seinen Sohn. Deswegen finde ich es gut, dass sie ihn jetzt schon so früh reingeholt haben. Und in der Szene, wo Harrison Dexter konfrontiert und Debbie ihm im Prinzip sagt, alle, die du magst, sterben, bloß nicht deinem Sohn sagen, wer du bist. Das war für mich eine Szene, wo ich gemerkt habe, okay, Debbie ist keine Stimme der Vernunft. Denn das ist sein Sohn und er lehnt seinen Sohn ab. Und klar, Dexter struggelt mit den Geistern der Vergangenheit, mit all den Toten, die aufgrund seiner Art irgendwie, naja, gestorben sind, um es jetzt mal so auszudrücken. Dennoch ist es immer noch sein Sohn. Und da fand ich halt, das ist eine moralische Grauzone. Da gibt es auch wieder kein richtig oder falsch. Und da hat sich die Debbie-Figur sehr stark platziert. Und da fand ich das irgendwie, das fand ich spannend. Das ist eine gute Idee. Bin ich auch sehr gespannt, wie es mit Harrison weiter vorgehen. Ich fand es auch schön, Dexter so ein bisschen als Jim beobachten zu können. Ist auch in dem Sinne ein schöner Gegenentwurf, dieses neue Setting, weil halt Dexter in Miami nicht unbedingt der beliebteste Typ war. Er hat sich immer die nette Maske aufgesetzt, aber er war nie jemand, der irgendwie so bei allen Leuten gut ankam. Zumindest in meiner Erinnerung nicht. Er war halt irgendwie für niemanden wirklich greifbar. Und hier in der Stadt hat er nicht nur eine Freundin, sondern er ist auch als Jim über allen bekannt und beliebt. Und das fand ich ganz cool. Und wie gesagt, Michael C. Hall macht das ja auch toll, diese Figur zu spielen, die so lieb und nett ist irgendwie und zurückhaltend. Und wo man immer merkt, da ist was. Und vor allem mit dem Hintergrund von der Vergangenheit aus den letzten Staffeln, die man kennt, waren einige Szenen, in denen dann Dexter als Jim sehr, sehr freundlich zu manchen Leuten ist, die nicht so freundlich sind. Die waren einfach schön anzusehen. Ging dann in meinen Augen fast ein bisschen schnell, dass Dexter in dieser Folge am Ende schon wieder jemanden umgebracht hat und sein Dark Defender wieder hervorkam. Ich mochte das von der Inszenierung her, wie gesagt, als die Stimme dann plötzlich aufploppt, weil am Anfang habe ich sehr stark das Voice-Over halt vermisst, aber es macht natürlich Sinn. Aber die ganze Geschichte mit diesem Sohn von einem reichen Typen, der in diesem Ort viel irgendwie geleistet hat und sehr beliebt ist, der natürlich irgendwie nicht so ganz da ist und auch für einen Bootsunfall, wo Menschen gestorben sind, verantwortlich ist. Ja, ich fand es ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass wenn Dexter es zehn Jahre lang schafft, seinen Dark Defender zu verdrängen, dass er für so jemanden dann irgendwie dann die Kontrolle verliert. Mit dem Hirsch, das war okay gemacht. Ich konnte das auch irgendwie nachvollziehen. Und was eben dazu kommt, in diesem Ort passiert halt nie was. Da verschwinden zwar scheinbar hier und da Frauen, aber da passiert nie etwas, was Dexter wirklich hätte triggern können. Und wahrscheinlich war das jetzt das Erste. Aber ich fand es trotzdem, es ging ein bisschen schnell. Ich hätte mir gehofft oder erhofft, dass vielleicht der erste Mord seitens Dexter erst so nach drei Folgen oder so passiert, dass wir uns richtig einfinden und einfühlen können in diese neue Welt, die Jim jetzt sozusagen bewohnt. Und dann bricht er sozusagen wieder aus ihm raus, der Dexter Morgan. Ging ein bisschen schnell, aber im Großen und Ganzen verstehe ich, dass es, wenn die Serie jetzt auch so lange abwesend war, für viele Zuschauer wahrscheinlich wichtig sein wird, dass man recht schnell wieder on track kommt. Deswegen ist das im Großen und Ganzen in meinen Augen schon okay. Und ich finde trotzdem den Ort, in dem die Serie spielt, mit den Figuren und so weiter, sehr spannend. Ich finde das interessant, wie auch sich seine Beziehung zu seiner Freundin weiterentwickelt, die natürlich ein Cop ist. Das heißt, da haben wir natürlich viel Konfliktpotenzial drin. Ja, bin ich gespannt zu sehen, wie das weitergeht. Bin mir sicher, da werden auch noch ein paar andere Figuren auftauchen aus der Vergangenheit. Ich bin gespannt. Ich fand das Setup, die erste Folge, mir hat sie wirklich gut gefallen. Bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Schreibt mir gerne in die Comments, wenn ihr es gesehen habt, wie es euch gefallen hat. Würde mich sehr interessieren, ob ihr an diesen wöchentlichen Recaps interessiert seid. Da muss ich mal gucken, wie gesagt. Denn das ist immer recht viel Arbeit pro Woche. Und wenn das jetzt nicht so die Aufmerksamkeit erregt, dann muss ich mal gucken. Aber ich halte es mir offen. Vielleicht gibt es in drei, vier Folgen wieder einen Recap. Vielleicht gibt es dann zur gesamten Staffel eine Kritik. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit Dexter Newblood und sage Ade.